Ein herzliches Grüß Gott liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Tirol TV. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der AK Tirol Tour 2024. Heute unterwegs im Bezirk Landeck und da gleich in der Bezirkshauptstadt in Landeck. Da gibt es ein Unternehmen, von dem hat wohl jeder Tiroler schon einmal gehört. Corda Geiger. Und da schauen wir heute mit unserem AK-Präsidenten Erwin Zangerl vorbei. Schön, dass ihr mit dabei seid. Umi über die Straße. Ja, heute mit der AK Tirol Tour zu Gast bei Corda Geiger in Landeck, ein Traditionsunternehmen und mit dem Firmeninhaber und Geschäftsführer David bin ich hier jetzt verabredet. David, ein beeindruckendes Unternehmen und eine ganz hochinteressante Firmengeschichte. Jeder kann mit dem Begriff Corda Geiger im Tiroler Oberland was anfangen. Hat vor vielen, vielen Jahrzehnten begonnen, fast Jahrhunderten. Und mittlerweile bist du doch federführend im Unternehmen tätig. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns in Landeck da seid. Zu der Geschichte Corda Geiger, ja, ein lang erfolgreiches und traditionelles Unternehmen. Ich bin seit 2017 im Unternehmen. Leite das Unternehmen gemeinsam mit meinem Vater, Gerhard. Und ja, wir versuchen einfach als regionaler Partner für unsere Kunden da wahrgenommen zu werden und heben und versuchen uns ein bisschen abzuheben vom klassischen Handel. Und da fragen dich gleich, welche Bereiche funktionieren denn? Also unserer Meinung nach funktionieren die Bereiche Handel, aber auch der Vertrieb von den Produkten, die wir hier im Verkaufsraum anbieten. Und ein ganz zukunftsorientierter Bereich für uns ist die Schließsicherheitstechnik. Wir müssen uns darauf konzentrieren, einen zusätzlichen Nutzen für den Kunden zu schaffen. Das bedeutet, wir liefern die Produkte, wir schulen vor Ort nochmal ein, aber auch wir installieren beispielsweise Robotmäher bei den Kunden, holen die im Herbst wieder ab, wenn gewünscht, servisieren sie, richten sie und bringen sie im Frühjahr dann wieder voll funktionsfähig zurück zum Kunden, damit er wieder die nächste Sommersaison läuft. Ein paar Hard Facts zum Unternehmen vielleicht. Wie viele Angestellte haben wir derzeit? Wir haben derzeit 18 Angestellte und zwei Geschäftsführer. Und davon einen Lehrling. Ganz stolz und ganz eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist in unserer Betriebskindergrippe, die Villa Kunterbund, die von meiner Schwester geführt wird. Da sind sechs Mitarbeiter angestellt und die betreuen zwei Gruppen von Kleinkindern von eineinhalb bis drei Jahren. Da werden wir natürlich noch vorbeischauen. Das interessiert uns an Arbeiterkommapräsidenten natürlich auch. Dann freuen wir uns natürlich, dass wir hier heute bei euch zu Gast sein dürfen. Wir werden jetzt auch schauen, dass wir noch ein Lehrling oder eine ehemalige Lehrlingsdame vor die Kamera bekommen. Und natürlich schauen wir uns diesen Betriebskindergarten, diese Kinderkrippe an, weil das interessiert mich brennend und davon profitieren sehr viele Menschen in der Region. Hier im schönsten Gang, den haben wir uns ausgesucht bei Corona Geiger, bin ich der Hanna begegnet. Sie hat hier Einzelhandelskauffrau gelernt. Genau, ja. Und das war ja gar nicht von Anfang an der Beruf, den du erlernen wolltest. Aber Friseurin ist es nicht geworden. Wie ist das dazu gekommen? Genau, es war gar nicht so geplant eigentlich. Ich habe Friseurin angefangen zu lernen und das hat mir auch nach der Zeitung gedacht, das ist gar nicht eines, was zu mir passt oder was ich suche. Und dann habe ich mich mal durchgeschaut durch das Internet, was kennt jetzt die? Und dann ist mir das ins Auge gestochen, der Geiger. Und früher habe ich mit meinem Papa oder alle noch gerne ein bisschen umgewerkelt, mechanisch, alles mit dem Werkzeug. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt probiere ich es einfach mal. Schief gehen kann es alle, aber… Ist nicht schief gegangen? Ist nicht schief gegangen, nein. Du hast natürlich deine Lehrzeit hier absolviert und dann ist der Chef auf dich zugekommen und hat gesagt, er bereichert vielleicht jemanden, der seine Assistenz macht. Genau, ein bisschen Hilfe im Büro. Und ich habe zuerst gesagt, ich schaue es mir gerne an, wieder gleiches Prinzip. Und das gefällt mir jetzt so gut, das mache ich jetzt seit, ja, seit ich die Lehre abgeschlossen habe, seit einem Jahr und das gefällt mir jetzt so total gut. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, bleib diesem Prinzip treu, weil offensichtlich hat dir das bis jetzt Glück gebracht. Ja, genau. Danke für das Interview und noch viel Spass bei der Arbeit. Ja, gerne, danke. Bei einem Traditionsunternehmen im Bezirk Landeck, hier mit Arbeiterkammerpräsident Erwin Zanger, erst Eindruck war eine interessante Führung und jetzt hier angelangt in der Betriebskinderkrippe. Ja, wirklich eine innovative Geschichte, ich glaube auch sehr wichtige Geschichte, weil natürlich wir alle wissen, dass die Menschen bei der Arbeit sind und immer die Problematik der Unterbringung der Kinder, das ist eine perfekte Lösung, die einerseits natürlich für die Kinder eine super Geschichte ist, das sieht man da im ganzen Umfeld, aber natürlich auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und natürlich auch für den Chef, weil nachher kann man sich auf die Arbeitnehmer und ihnen verlassen und die Kinder sind gut aufgehoben. Gratuliere. Der Hintergedanke war schon auch ein Eigenbrauch, das muss man sagen, der einfach da war, aber man hat dann auch im Umfeld einfach gemerkt, dass das Thema einfach omnipräsent ist und das eine ganz wichtige Sache ist, wenn man weiß, die Kinder sind gut aufgehoben, dann geht es auf der Arbeit leichter und das war uns dann ganz wichtig und mit der Luisa natürlich als Leiterin war das nochmal einfacher, das Ganze umzusetzen. Übrigens, falls Sie sich fragen, warum wir hier keine kleinen Kinder sehen, die haben gerade Mittagspause und die machen eine Schlafe. Und bevor ich jetzt auch eins mache, werden wir uns noch ein bisschen über die Kindergrippe erkundigen, weil da habe ich eine interessante Ansprechpartnerin für euch. Ja und hier sitze ich gemeinsam mit dem Stefan Scherl und mit der Leiterin dieser Kindergrippe hier, mit der Luisa. Luisa, du bist Elementarpädagogin, es war eine super Idee und die ist euch gemeinsam gekommen, mein dir und deinem Bruder diese Kindergrippe hier zu installieren. Genau, also es war vor circa vier Jahren, wollte ich mich neu orientieren, wollte mich in einem Kindergarten bewerben und dann ist mein Bruder auf die Idee gekommen, es gibt in Landeck auch eigentlich nicht viele Kindergrippenplätze, war das nicht eine Möglichkeit, wenn wir da was machen würden. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum nicht, eigentlich total eine Idee, ich mag das gerne ein paar Herausforderungen. Und dann haben wir uns da, ja, eingelegt und haben die Kindergrippe gemacht. Und herausgekommen ist, da sieht man mal, da muss man zuerst vielleicht was schaffen, um überhaupt erst den Bedarf zu erkennen. Es war enormer Bedarf da, ihr habt eine Warteliste. Genau, es ist oft so, als erstes Angebot und dann kommt die Nachfrage. Wir haben gestartet mit einer Gruppe, haben dann nach einem dreiviertel Jahr die zweite Gruppe aufgemacht, weil einfach so ein Bedarf da war. Und mittlerweile sind wir total voll, wir haben keinen freien Platz mehr und wir haben eine ganz lange Warteliste. Also es wäre super angenommen und ja. Kann man euch gleich gratulieren, ist eine sehr innovative Geschichte und passt irgendwie auch zu dem Betriebsklima, das wir heute erfahren haben. Stefan, Betriebsklimaexperte, bist ja du hier im Bezirk Landeck, wir haben ja auch den Termin hier bei Corda Geiger durch dich bekommen. Ich glaube, mit solchen Betrieben ist es auch als Kamerad fein zusammenzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Corda Geiger ist natürlich ein Traditionsbetrieb. Eigentlich gibt es den Betrieb schon seit über 100 Jahren und 2005 hat sich dann der Larcher Gerhard entschieden, diesen Betrieb zu übernehmen. Und 2017 mit David Larcher und mit der Luisa, wirklich ich kann nur sagen, als verantwortlicher Bezirkskommerat, tolle Mitarbeiter, tolle Firmen. Ich könnte mir mehr solche Firmen wünschen. Und zum Thema gemütliche Platzeln kann ich sagen, wir haben hier sowieso eines gefunden. Ein gemütliches Bankel übrigens, spendiert von der Stadt Landeck zur Eröffnung der Betriebskinderkrippe. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie wieder mit dabei waren bei unserer AK Tirol Tour 2024 hier im Bezirk Landeck. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Ziel, das wir ins Visier nehmen, um Ihnen gut funktionierende Betriebe in Tirol vorzustellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.